F-Shape ist ein junges, innovatives Unternehmen. Wir beschäftigen uns mit Fassaden, Gebäudehüllen und sind dort international tätig. Die Idee entstand durch ein eigenes Projekt. Das, was wir haben wollten, gab es auf dem Markt nicht und dann hat der Architekt gesagt, okay, dann müsst ihr es halt entwickeln, wenn ihr es haben wollt und das war eigentlich die Initialzündung dieses System zu entwickeln. Ein besonderes Beispiel ist, dass die Architektin Zahadit ein Gebäude in Wien realisiert hat, wo die Fassadenelemente unter 35 Grad am Gebäude hochlaufen. Das Ganze haben wir dann umsetzen können, indem wir den Halterkopf einfach drehbar gelagert haben und somit konnten wir dem Wunsch des Architekten gerecht werden. Wir sind nicht nur über die Stadtgrenzen hinaus tätig, sondern wir freuen uns natürlich sehr, dass wir auch hier lokal in Räder Wiedenbrück ein Projekt realisieren durften. Im Moment wird gerade die Kreissparkasse Wiedenbrück saniert und auch da hat man sich für unser System entschieden. Stimm 11, 2017 Will Fields